Als wäre hier mal ein Bild gewesen, wenn ich es wieder herstelle, kann ich es vielleicht... Nein, ach bitte nicht. Alter, was ist das denn? Als wäre hier ein Bild, wenn ich es wieder herstelle. Ja, womit denn? Kann ich das irgendwie nachmalen? Vielleicht ist da ein Hinweis drin. Leere Billerrahmen. Das hatten wir schon. Andere hatten wir schon. Aber wie soll ich das denn wiederherstellen, wenn da nichts ist zum Wiederherstellen? Gut, dann soll ich das wohl offiziell noch nicht machen. So, da kam ich her. Dann geht es zur Eingangszahle. Gucken wir mal hier vorne. Oh, was haben wir da denn schon aus? Was ist das? Ein Porträtstück. Ah, schau mal einen an. Ich brauche Öl, um die Gondel zu bewegen. Ja. Öl, was wir natürlich wieder nicht haben. Es scheint, als hätten die Kränen im alten Turm eingehen. Sollten sie mich aufschalten, sonst picken sie mich womöglich noch irgendwo hin. Zu Tode! Ja. Was mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist, dass ich bis jetzt nur vier Dublonen habe. Ich brauche zwölf Stück. Öl. Wo bekomme ich denn Öl her? Naja, das ist auch klar. Da komme ich auch nicht weiter, weil dafür brauche ich nämlich hier der Augenmechanismus. Ja, natürlich. Aber ich habe dafür noch nichts gefunden. Das ist natürlich... Ich habe da noch nichts gefunden. Noch nichts gefunden. Nichts gefunden. Mauer. Eingangszahle. Terrasse. Wie soll das denn hier bitte gehen? Okay. Also anscheinend soll es noch gar nicht funktionieren, wenn ich das so richtig sehe. Besser aufscheuchen. Wie soll sie aufscheuchen? Womit aufscheuchen? Ich habe nichts im Aufscheuchen. Oh Mann. Oh, nicht brühe. Woher hole ich denn jetzt Öl? Gut. Wahrscheinlich muss ich wieder ein Wimmelbild irgendwo... Irgendwo machen. Da geht nichts. Da geht auch nichts. Hier hat sich auch nichts getan. Können wir da irgendwas tun mittlerweile? Nee, da auch nicht. Da kommen wir auch nicht hin, weil wir immer noch was brauchen, um zu... Um was zu sehen zu können. Ach, guck mal, da ist ein Wimmelbild. Da packen wir schon mal ein Stück vom Bild rein. Herz allerliebst. Remington. 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 He tore the painting, which I haunt. He remembered me as a young girl. Now he's insane. Planning to set infernal powers in motion once again. Help him. Find the map, marking the way to the treasure. And look for other portrait pieces. Okay. Gut, Knut. Was ist da denn eigentlich? Ach, das soll ich mal aufschreiben. Wo mache ich das denn? Ah. Ah ja. Okay. Egal, wir haben ein neues Wimmelbild. Wir brauchen ein Entermesser. Wir brauchen für Schräden Tagebuch. Hochhals, Bandschlüssel, Öl, keine Rahmen, Porträt, Becher, Tasche, Käfer und Klee. Ein Käfer nur da. Halsband haben wir da. Ein Rahmen nur da. Ein Becher. Ist das ein Becher, jung? Das ist ein Becher. Ein Entermesser. Was ist denn das Entermesser? Eine Fischgräte. Eine Fischgräte. Fischgräte, Fischgräte. Willkommen. Tagebuch. Fischgräte. Ähm. Tasche und Klee. Tasche und Klee. Das ist kein Klee. Tasche. Und Klee. Klee sich momentan... Da ist Klee. Und Tagebuch. Tagebuch ist da. Schlüssel, Porträt. Porträt? Was ist denn Porträt, Mann? Schlüssel. Wo könnte ich jetzt... Ach, guck. Eine der Schlüssel fehlt. Hör doch mit denen auf. Jetzt hier noch ein Porträt. Ach, guck. Da ist das Porträt. Sehr gut. Das haben wir auch. Ölkanne. Ja, herz allerliebst. Das heißt, wir müssen wieder mal... Wir müssen wieder mal nach oben. Und dann hier hinten... Ne, schon gar nicht. Nicht da hinten, sondern... Da auch nicht. Ich habe mich schon wieder verklickt. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Und da müssen wir hin. Blub, blub. Da auch nochmal. Blub, blub. Herz allerliebst. Also die Grafik muss ich auch sagen. Die ist so ein bisschen... Oh. Da haben wir eine Kneifzange. Warte, warte, brauchte ich die denn noch? Kneifzange. Was sagte ich denn noch? Kneifzange. Ich glaube, auf dem Schiff brauchte ich die irgendwo. Kneifzange. Müssen wir mal schauen. Leuchtturm. Wir müssen hier erstmal hier oben gucken, muss ich sagen. Ich schätze mal, das ist der Geist von seiner Verblichenheit. Von diesem komischen Geist, den wir gerade im Porträt gesehen haben. Ja, Mafiosi, das ist leider jede Menge. Verpasst. Ja, so ist das halt. Aber macht ja nichts. Wie gesagt, also der Stream wird dann auch nach und nach auf YouTube veröffentlicht. Ein Schlüssel, den ich nicht habe. Kann ich mit der Kneifzange vielleicht durchkneifen? Wahrscheinlich nicht. Das wäre auch zu viel verlangt. Verschlossen. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Kann ich hier irgendwas machen? Was ist das? Ein toter Vogel. Natürlich. Ne, ich habe gar keinen toter Vogel. Eine kleine Wurzel. Und da ist ein Schlüssel. Oh, ich will mir an der Scheibe nicht die Hand. Ich will mir an der Scheibe nicht die Hand verletzen. An der Scheibe nicht die Hand kann ich da irgendwas machen. Das funktioniert nicht. Auch nicht. In der Scheibe nicht die Hand verletzen. Das heißt, ich brauche Handschuhe oder sowas. Ölzene Gerüst und die Verstärkung haben sich als außergewöhnlich stabil erwiesen. Das heißt, ich brauche da auch wahrscheinlich... Was soll das jetzt? Okay. Das war doch hier rechts. Na, warum kann ich denn hier jetzt? Okay. Na gut. Anscheinend nichts. Gut, ich muss mal aufs Schiffzeug. Ich meine, ich hatte... Was ist das? Geschädigte Statue. Die Statue hielt früher etwas in den Händen, doch nun fehlen der Gegenstand und ihre Hand. Also eine Hand und irgendwie ein Horn oder weißer Geier muss ich mir organisieren. Schiffstfall. Schiffsfrachs. Schiffsfrachs. Das sind wir hier noch. Okay. Schiffsfrachs. paddelführer mit hilfe des leuchtturms locken die piraten schiffe in der felsen um anschließend die zertrümmerten wachs zu plümeren hier doch da hinten ist noch was ohne guten grund werde ich mit diesem grab keinen umflug treiben mein unteuter pirat ist schon genug mit hilfe des leuchtturms das hatten wir schon ach da war doch glaube ich noch was moment 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 mir doch nicht was das buch sagt die maske da haben wir auch noch längst nicht alles auch steuer hat haben wir noch gar nichts gefunden bilder müssen noch finden die erfahrten wir auch schon ok jetzt muss ich noch mal aufschiffen ich meine da das hat man eben schon mal sehen ich hab da noch nichts für das war ja wieder klar muss ich ja reparieren ist ja klar es sieht so aus als müsste ich zahnenraum und kurbel ersetzen ja schön ich muss den rest des mechanismus reparieren wenn ich diese insel nie verlassen möchte ja das ist aber alles herz allerliebst dann muss ich also doch zum leuchtturm einen schlüssel habe ich aber nicht wirklich ach ne ein stein stein scheibe ja natürlich stein scheibe so bitteschön jetzt kann ich auch einen schlüssel mit dem schlüssel komme ich da oben rein und schon sind wir im leuchtturm na was haben wir hier ein büchlein haben wir da was für ein ausgezeichneter tag zum plündern wir haben viele sehr schwer sich an die neuen sitten vom kapitän remington zu gewöhnen ja das scheint so zu sein was haben wir hier ah wir müssen die figur zusammensetzen schön der kopf die statue fehlt der statue fehlt ganz offensichtlich ein arm ja nicht nur arm dem fehlt alles mein arm ja toll ein zahnrad haben wir mechanisches auge ja guck mal bringen uns aber nix weil wir nicht zurückkommen so soll es aussehen es fehlt ein arm müssen also hier noch ein arm finden und dann können wir wohl auch die figur zusammensetzen wenn ich das richtig sehe ach wir haben hier noch ein steuerrad teil das können wir leider nicht mitnehmen und ein wibbelbild ist das schön so wir brauchen einen weinschlauch mit Korken, Edelstein, Beutel, Weißen, Würfel, Korkenzieher, Spinnennetz, Royal Flush Seemonster, Putztuch, Spiegel, Kurbel, Karte und Fass so Royal Flush brauchen wir Royal Flush wo sind denn die anderen Karten da sind die Karten ich brauche mal den Royal Flush ein Spinnennetz haben wir hier ein Putztuch und ein Kurbel was ist das für ein Nupsi ähm ich will das mal loswerden danke ein Edelstein Edelstein Beutel das heißt hier muss irgendein Beutel mit Edelsteinen sein Beutel mit Edelsteinen da ist ein Beutel mit Edelsteinen es fehlen noch ein paar Steine da ist noch ein Edelstein hab ich hier noch irgendwo da ist noch einer so dann haben wir noch ein Putztuch ein Putztuch ne Karte haben wir gefunden die Kurbel ähm der Knupsi gehört aber ähm was ist das denn noch ein Spiegel müssen wir auch noch zusammensetzen ach Gott das wird das wird wahrscheinlich da rein ach je ähm wir brauchen noch Spiegelteile da ist noch ein Spiegelteil da ist noch ein Spiegelteil das Spiel ist nicht vollständig ja das weiß ich aber ich benötige einen Korken hier guck da bitteschön ein Korkenzieher beim Zirkel genau was war das denn gerade ach so jetzt sieht man ja auch so gut wie gar nicht diesen scheiß Korkenzieher ey Seemonster wir brauchen noch ein Putztuch was ist da haben wir noch ein Stück Spiegel ein Fass haben wir da hinten ne Kurbe ist auch ne Kurbe hier oder nicht ne Kurbe da ist ne Kurbe und ein Putztuch jetzt fehlt uns nur noch ein Putztuch Schlüssel Putztuch so ein Kurbelgriff haben wir das ist schon mal gar nicht schlecht was haben wir da hinten es ist zu dunkel um etwas zu sehen aber ich bin im Leuchtturm ah ok das heißt wir müssten hier irgendwas machen das müssen wir anzünden haben wir noch ein Zahnrad das ist schön das brauchen wir gleich äh ich kann das mit Öl füllen mit Öl 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 sollte eine Weile reichen ich brauche heute um das Feuer zu entzünden ich habe nichts um das Feuer zu entzünden nein da habe ich nichts um das Feuer zu entzünden um das Feuer zu entzünden aber ich müsste jetzt äh ich könnte jetzt fast alles warte mal ich guck hier nochmal ich glaube noch nicht dass das reicht abwesend wie abwesend Xyra hallo ich meine das kann doch nicht sein da ist ja nichts weiter da oben bräuchte ich jetzt was um den Docht anzuzünden das funktioniert aber so nicht das Ding kann ich auch noch nicht reparieren da habe ich ja nichts weiter da habe ich nur eine Kurbel Zahnrad da fehlt da fehlt ein Arm so dreizack hat er so ein Horn hat er ah ne das mit dem Horn fehlt ihm ne diese mit diesem mit diesem Muschelhorn das fehlt ihm sonst hat er ja alles der Kopf ist da dann bräuchte ich das Ding das Ding und eben das mit dem Horn was ich nicht habe das versteckt sich wieder auch irgendwo rum das ist Mann und Hund verlangt nach Aufmerksamkeit wie ist was das das ist verwirrt gut können wir den schönen schönen Kram denn da kommen wir noch nicht ran ne zu weit weg ich habe da immer noch nichts wo ich ne ich muss das reparieren so Kurbel und Zahnrad Zahnrad und holen da kommen wir auch nicht weiter das ist ganz merkwürdig hier also zurück zur Eingangsseite da kann ich schon mal ein Teil von meinem Steuerrad loswerden und da kann ich ein Stück vom Auge loswerden werden super zange zange kleine Wurzel kleine Wurzel wüsste ich jetzt momentan nicht so da haben wir das dann gehen wir erstmal wieder auf Schiff zurück weil ich denke mal nicht dass wir hier noch weiter fündig werden ich weiß jetzt auch nicht ich hatte auf dem Schiff hatte ich doch irgendwas gesehen wofür wir eine Zange brauchen wo braucht man denn hier noch die Zange das ist klar das war eher mit dem Dublon da kommen wir auch nicht weiter weil das ist ja das wo wir wahrscheinlich hier noch das Schiff rauskriegen so da haben wir auch nichts da können wir noch was tun aber erst da hinten oder auch nicht wo brauchte ich denn die Zange verdammt irgendwo brauchte ich doch die Zange 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 mir fällt jetzt nicht ein irgendwo braucht man eine von der Zange ich komm da jetzt nicht drauf der Händen der Händen hat hier nicht ne 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 ich glaube nicht ich glaube nicht das ist auch nichts mehr wimmliges ach jetzt weiß ich natürlich na klar hier brauchen wir doch die Zange da brauchen wir doch die Zange da brauchen wir doch die Zange da ist nämlich auch das 2 der Auge da ist doch da ist doch